Hi, ich bin Nico und ich arbeite bei Vornaden als SAP-Modulbetreuer. Ich arbeite an der Schnittstelle zwischen der IT und den verschiedenen Fachbereichen, wie beispielsweise der Produktion oder dem Vertrieb. Ich unterstütze die Fachbereiche bei der Digitalisierung von Prozessen. Außerdem leite ich Schulungen und programmiere User-Exits oder Formulare. Angefangen habe ich bei Vornaden als BA-Student. Zurzeit arbeite ich mich in die SAP-Module PP und SD ein. Was mir gut gefällt, ist, dass ich hier die Möglichkeit habe, die neuesten Technologien anzuwenden und mich weiterzuentwickeln. Und ich habe nette Kollegen, die mich bei der Arbeit unterstützen. Wir sind hier ein tolles Team, fachlich und menschlich. Ich habe mich für Vornaden entschieden, weil ich hier die Möglichkeit habe, die Welt ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Das Beste ist, dass ich flexible Arbeitszeiten habe und auch mobil von zu Hause aus arbeiten kann. Die Ausrüstung, die ich hier zur Verfügung habe, ist sehr gut. Und ich kann die Digitalisierung des Unternehmens vorantreiben. Ich bin Nico und ich gehöre zum VA-Team.